Wir hatten einen Traum, dass wir immer beste Freundinnen sind. Hier steht, dass Jungs keine Mädchen mögen, die zu ernst sind. Wo seid ihr gewesen? Wir sind einfach rumgelaufen, haben uns freigefühlt. Die sowjetischen Raketen könnten die Vereinigten Staaten und Europa dem Erdboden gleich machen. Ich finde, wir müssen was tun. Protestieren, meine ich. Die ganze Welt könnte jede Minute in die Luft fliegen. Sie hat recht. Die Situation ist sehr gefährlich. Wir haben nur ein einziges Leben. Darum müssen wir es genießen. Ich finde, Rosa hat einen schlechten Einfluss auf sie. Was kannst du uns denn nicht erzählen, Ginger? Was kannst du nicht sagen? Ginger ist vielleicht erwachsen genug, dass sie uns vor einer atomaren Katastrophe retten will. Aber sie ist auch noch jung genug, dass man sich um sie kümmern sollte. Ich bin getrennt. 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 Und dem Schmerz liebe ich unsere Welt. Ich möchte, dass wir alle leben. Ich bin getrennt. Untertitelung des ZDF, 2020